hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video von software deutschland in diesem video möchte ich Ihnen gerne zeigen wie sie in omsi 2 busse installieren können sie suchen sich einmal im omsi forum einen bus aus und dann gehen sie einmal auf die forum seite dann sehen sie einmal hier den bus ich habe jetzt hier zum beispiel mal den city bus jeltsk das ist irgend so ein ausländischer bus auf jeden fall den habe ich mir jetzt mal ausgesucht gehen wir einfach auf die seite und suchen den download button dann sind wir immer hier download und dann hier einmal eine verlinkung es kann aber auch ein bild sein wo download steht einfach da den link anklicken wo download steht wir klicken einmal drauf dann sind wir hier auf der download seite und klicken und nur noch auf downloaden so da kam es ganz kurz werbung also niemals irgendwelche werbung oder so anklicken da fangt ihr euch sonst ein virus ein also wenn euch so eine werbeseite angezeigt wird macht es wie ich schließt die werbeseite nochmal und klickt nochmal auf download so ist das zumindest bei file upload punkten netz so dann gehen wir auf datei speichern dann wird das ganze heruntergeladen warten wir einen ganz kurzen moment gut die datei wurde heruntergeladen öffnen wir das ganze mal wir brauchen dafür auch win ra oder 7zip damit wir das ganze entpacken können so dann sehen wir auch schon den ordner city bus der kann je nach bus kann das anders aussehen die readme brauchen wir jetzt nicht weil ich euch das erkläre dann sehen wir hier den omsi 2 ordner als erstes bevor wir überhaupt hier weitermachen gehen wir einmal auf die omsi verknüpfung oder exe dann machen wir rechtsklick und tun dateifad öffnen dann sind wir hier in dem omsi ordner so hier ist einmal der omsi ordner wie man sieht hier sind die ganzen ordner da müssen wir auf jeden fall rein und dann haben wir hier halt das gedownloadete so wir müssen uns das jetzt so vorstellen hier haben wir den gedownloadeten omsi 2 ordner und hier haben wir einmal unseren richtigen omsi 2 ordner da gehen wir einmal drauf hier auch dann sehen wir hier wie heikles und fronts wenn wir jetzt hier reingucken finden wir fronts und wie heikles auch wieder so die zwei ordner fronts und wie heikles je nachdem welcher bus das ist kann das vielleicht ein ordner mehr sein oder vielleicht auch ein ordner weniger sein egal alle markieren und wir tun das einmal hier hinzufügen gleich müsste noch eine meldung sein dass wir irgendwelche dateien vielleicht ersetzen wollen nee ist jetzt in dem fall nicht gewesen kann vielleicht mal vorkommen wenn das der fall sein sollte einfach die datei ersetzen so jetzt können wir hier mal in we heikles gucken hier auch da müssen wir jetzt den city bus m1 x5 m haben gucken wir mal müsste unter c sein genau da haben wir ihn auch schon also das heißt wir haben ihn erfolgreich installiert jetzt müsste auch funktionieren gut jetzt haben wir noch das problem wie können wir das ganze mit einer map spielen dafür müssten wir jetzt die hof datei von der map raussuchen die wir spielen möchten da gehen wir jetzt einfach mal auf maps und suchen uns die map raus mit dem wir den bus fahren möchten nehmen wir jetzt beispielsweise mal gladbeck dann suchen wir uns jetzt hier die hof datei die müsste meistens unten sein oder auch oben auf jeden fall müssen wir irgendwo die hof genau hier haben wir die glattbeck punkt hof datei also je nach wie die map heißt heißt das zum beispiel innsbruck punkt hof glattbeck punkt hof bremen punkt hof jedenfalls muss die datei mit hof enden diese kopieren wir uns einmal und dann suchen wir in we heikles wieder unseren bus so wir hatten den city m1 x5 m da gehen wir dann wieder drauf und dann hier sehen wir auch schon die ganzen hof dateien von spandau zum beispiel machen wir einfach rechtsklick und einfügen und schon können wir den bus voll auf glattbeck nutzen das müsst ihr dann auch mit den ganzen anderen maps machen die ihr spielen wollt ja somit haben wir eigentlich den bus richtig erfolgreich installiert es gibt natürlich auch tools womit man die hof datei automatisch einfügen lassen kann wenn ihr wollt dass ich dazu mal ein video mache schreibt es mir in den kommentaren ansonsten bedanke ich mich fürs zuschauen und wenn ich ihnen weiterhelfen konnte können sie uns gerne abonnieren